In diesem Video-Tutorium zeigen wir Ihnen grundlegende Funktionen rund um IIIF und Mirador. Dies erklären wir anhand eines Beispiels. Bilderserien werden in IIIF mittels Manifeste definiert. Im Mirador-Bildbetrachter können wir solche Beispiel-Manifeste finden. Ein Manifest stellt eine Datei im JSON-Format dar. Diese Datei enthält Metadaten zu der Serie sowie zu den einzelnen Bildern. Um eine eigene Bilderserie zu erstellen, kann man eine solche Manifest-Datei händisch erstellen. Dies ist jedoch aufwendig und fehleranfällig. Einfacher ist die Verwendung von IIIF-Manifest-Editoren wie diesen. Mit diesem Editor werden wir nun eine Bildserie erstellen. Hierfür führen wir kleine Übungen mit den Beispielbildern aus Mirador durch. In diesen Übungen werden wir wie folgt vorgehen. Erst werden wir ein bestehendes Manifest in den Editor laden. Danach werden wir das geladene Manifest bearbeiten. Und anschließend eine neue Version des Manifestes speichern. Zunächst kopieren wir die Manifest-URL unseres Bildes. Danach rufen wir unseren Editor auf. Der Button Open Manifest öffnet eine Seite, in die wir unsere URL hineinkopieren. Nun sehen wir den Editor. Dessen Arbeitsbereich gliedert sich in drei Teile. Zum einen der Bildbetrachter. Dann die einzelnen Canvas der Serie. Und zuletzt die Struktur sowie die Metadaten zum Manifest, Bildserie und Canvas. Nun können wir das geladene Manifest verändern, indem wir zum Beispiel einen neuen Titel für unser ausgewähltes Bild hinzufügen. Wir können ein Bild auch aus der Serie entfernen, indem wir auf das auftauchende Mülleimer-Symbol klicken. Die Reihenfolge kann per Drag und Drop geändert werden. Nachdem wir unsere Bildserie entsprechend unseren Vorstellungen geändert haben, können wir nun das veränderte Manifest speichern. Der Editor bietet das Speichern der Manifeste in einem sogenannten Manifest-Store an. Dafür greift der Editor auf eine externe Webseite zu und legt dort den aktuellen Stand der Manifest-Datei ab. Um das Manifest zu speichern, klicken wir auf das Zahnrad-Symbol oben rechts. Das Setting-Fenster bietet die Option an, die Serie über JSON-Storage speichern zu können. Ein Klick auf die Textstelle genügt. Das Programm gibt automatisch die richtigen Speichereinstellungen ein. Anschließend klicken wir den Button Save Manifest an. Wählen die Option Store Manifest Remotely und dann Store Manifest on Server. Daraufhin sollte eine Erfolgsmeldung sowie eine URL erscheinen, unter der das Manifest nun abrufbar ist. Wir kopieren diese URL und laden sie in Mirador Viewer. So testen wir unser Ergebnis. Also, wir kopieren die URL einer Manifest-Datei und öffnen diese im Editor. Danach verändern wir die Datei, indem wir zum Beispiel einen neuen Titel einfügen oder einzelne Bilder aus der Serie entfernen. Und schließlich speichern wir unser Manifest ab und betrachten das Ergebnis über den Mirador-Bildviewer. Vielen Dank fürs Zuschauen!